Ich nehm das mal auf, ne? Brett! Alter, du kannst nicht mehr viel haben! JA! Okay. Dein erster Headshot war übrigens runtergeschossen auf einen HP. Ich bin vielleicht der erste Mann, der AC-Scout zum Weißen Ring muss. Wow! Oh, Brett of Doom! Marcel, du stinkst. We must win! Ich hab abgedrückt und war auf dem Kopf. Hallo? Hallo, User? What the heck? Alter! Scheiße! Alter, ich hab ihn nicht mehr getroffen! Let's go! Alter! Die scheiß Kiste! Was geht denn bei dir? Heiß! Heiß! Nein! Nein! 5 Minuten Terrine! Brett! Ein Victor, Alter! Alter! Was für ein Rang bist du nochmal? Alter, ich trau mich nicht mehr um die Kiste rumzulaufen bei dem Mann! Nein! Alter! Ich hatte eine HP nur noch! Ja! Ich hatte eine HP nur noch! Ja! Ich hatte eine HP nur noch! Ich hatte eine HP nur noch! Ja! Leil! Okay! Ich hab... Ich hab... Ich hab ihn Victor dreimal geholt! In der Rede nicht mehr! Oh, es ist ganz vorbei! Nein! Ich hab gleich... Alter! Macht den Stefan da oben bei den anderen? Was? Ähm... Schon Mails... Müssen wir kurz einmal am Steam schreiben! Äh... Schon Mails zusammen! Äh... Wäre zu viert mit dir! Äh... Komme... Gleich... Ah, Mann! Schick ab hier! No! Brett!